Einen wunderschönen! Guten Morgen! Woran erkennt ihr das, was morgen ist? Frühstück! Wir sind mitten bei den Montanitern an der Küste angekommen. Da brauche ich nicht mal weggehen diesmal. Wir bleiben hier noch eine weitere Nacht. Und heute machen wir einen Surfkurs. Ich wollte immer surfen lernen. Ich freue mich drauf. Ciao! Ich wollte schon immer surfen. Ich schon. Ehrlich. Ich muss mit zwei Wannen verschlägen. Wir essen jetzt. Dann gehts um 11 Uhr weiter. Genau. Und dann mal gucken. Montanit ist übrigens eine mega Partystadt sein. Bis jetzt gehts noch. Ich dachte, es sind mehr Leichen hier. Alkohol-Leichen. So. Was hast du gedacht? Du sagst Leichen. Ja, das war so eine Pause. Gut. So. Ich war auf der Kamera TOP im Moment. Ich specgefläche. Ja, ich muss mich hin. Wir sind glücklich, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, es war echt cool. Hat es wirklich, ja. Es waren ein paar Schürfwunden davon getragen, aber geht voll klar. Was soll es denn was zu sagen? Ich fand es extrem witzig, es hat 20 Dollar pro Person gekostet, inklusive Bordausleihen, Trainer, Hin- und Rückfahrt und ein Getränk. Finde ich okay. Zwei Getränke, genau. Also eher eins, ich eins. Also wir hätten drei Stunden normalerweise gemacht. Aber ich war halt auch schon eineinhalb Stunden im Wasser, war ich dann auch schon durch. Ich glaube, für das erste Mal war es voll okay. Ja, ich bin auf dem Board gestanden. Ich auch. Sogar einmal mit einer riesen Welle mitgenommen. Mich hat man gar nicht mehr gesehen und ich habe beinahe unseren Lehrer ein bisschen mit meinem Board erwischt. Das ist Berufsrisiko. Ja, ja. Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück ins Hostel. Dann geben wir uns was zu essen holen. Das haben wir uns heute verdient. Die Taxis, Alter. Wollen wir uns verdienen, ne? Haben wir uns verdienen? Ja, essen. Ich habe Hunger. Bis zum Bett. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind in Orland am Strand und wir haben uns... Ist das Fette ausgleich? Hör mal drauf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und Menschen sind dabei. Das sind Mara und Sarah aus München. Und die surfen jetzt mit uns. Wir sind da dran. Puh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020